Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Staffel Crafthick? Wuh! 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 Siebte fucking Staffel, Alter. Oh mein Gott, das sieht die ja. Unglaublich. Das ist echt unglaublich. Jetzt trennt sich alles. Im siebten Jahr. Jetzt beenden wir alle unsere Freundschaft und Tschüss. Tschüss. Es geht los! Oh mein Gott, es geht los. Simon, wo bist du? Ich bin hier in der Mitte. Du bist der Erfahrung. Jens, es ist mein erstes Mal. Wo ist das Filt? Cole? Das ist mein erstes Mal. So, ihr seht schon, es geht hier ganz spektakulär los. Wir werden hier von der Klippe runtergeschlagen und starten jetzt in die mittlerweile schon siebte Staffel von Craft Attack. Ihr seht, wir sind hier gerade vom Spawn losgeflogen, haben jetzt hier unseren ersten Elytra-Boost, bis wir einmal gelandet sind. Und diese erste Folge werde ich heute zusammen mit Josef gestalten. Und ihr könnt euch auf die nächste Zeit freuen, denn wir haben uns, bzw. ich habe mir für diese Staffel ein etwas anderes Konzept als sonst überlegt für Craft Attack. Und ich denke mal, da werdet ihr sicherlich alle dabei sein und einigermaßen Lust drauf haben. Ich bin jetzt erstmal hier Richtung Bambus-Biom bzw. Richtung Dschungel-Biom geflogen, denn dieses Biom ist für uns ziemlich, ziemlich sinnvoll. Der Bambus ist einer der neuen Sachen, die hier mit der 1.14 eingefügt wurden. Die 1.14 ist ja auch jetzt nicht mehr so ganz, ganz neu. Nichtsdestotrotz super nützliches Item, was wir diese Staffel auf jeden Fall auch viel benötigen werden. Ich denke mal, gleich wird der Josef dazukommen. Und heute hier in dieser ersten Folge wollen wir dann zusammen erstmal die Welt erkunden, ein Grundstück sichern und so diese grundlegenden Sachen machen. Tja Josef, ich bin schon mit meiner ersten Ammoderation durch. Wo bist denn du hier in der Welt? So Leute, herzlich willkommen. Da ist jetzt Janus mit dabei. Hallo Janus. Jo, hi Josef. Und ich beweise einmal mein Talent nicht ins Wasser. Wo bist du? Ich habe einen Bootswrack gefunden. In welche Richtung bist du unterwegs, wenn wir jetzt gleich zusammen erkunden wollen? Werden wir gleich gucken. Ich wollte eben ganz kurz, also dieses Bootswrack hier, bitte sei offene Kiste. Oh mein Gott. Okay. Das gehört mir. Das ist meins. So. Ich brauchte ein bisschen Holz für Schilder und sah unten ein Boot herumfliegen. Sonst komm gleich mal zu mir. Ich bin schon hinten am Ende des Dschungelbioms. Oh, du bist damit. Ich werde ganz kurz eben hier mehr ein Grundstück claimen. Das war quasi mein Wunsch für den Anfang. Und da werde ich gleich dem Janus joinen. Liebe Leute, ja jetzt geht's los. Das ist jetzt der richtige Start. Ja. Ich wurde erstmal von der Klippe runtergeschlagen am Anfang. Echt? Ja, ich wollte so Schild meine Armmoderation mit meiner typischen Aufnahme machen. Und dann zack, zack, zack haben die mich einfach von der Klippe runtergeschlagen. Und ich musste erstmal ganz, ganz schnell aus dem Screen raus. Möglichst schnell dann in die Aufnahme rein. Wie gemein. Ich würde sagen, du solltest am besten gleich hier hinkommen, Josef, wenn es irgendwie geht. Ich werde nach dem Grundstück ein bisschen später suchen, weil ich brauche ein bisschen mehr Zeit dazu. Also ich werde es diesmal nicht direkt am Anfang machen, dass man so festgelegt ist. Sondern ein bisschen später. Ich denke, es eilt auch nicht zu übertrieben. Mir eilt es schon, dieses Grundstück da oben zu bekommen, weil die Lage einfach optimal ist für mich. Nur habe ich die Sorge, ich bin jetzt gerade da runtergesprungen. Und es kann natürlich jetzt gut sein, dass da jemand wieder auf dem Berg ist. Skate ist nämlich gerade auch hier gelandet. Ja. Schon wäre unfair, aber ich glaube Skate ist ein Fairplayer. Ach, ich glaube, letztes Mal, nach der letzten Staffel, waren auch noch so viele Leute am Spawn, oder Grundstücke frei am Spawn. Da war ja noch genug Platz überall. Ja, so, jetzt bin ich wieder zurück oben auf dem Berg. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob mir jemand das Grundstück gekapert hat. Oder ob es noch da ist. Ich hatte nämlich jetzt mal kurz mein Initialen hier reingehauen. Okay. Boah, jetzt wäre ich ziemlich sorgte. Wenn jetzt drei, reichen drei Stämme aus, um ein Schild zu machen? Ich habe gerade vergessen, dass ich auch... Ja, sollten eigentlich locker ausreichen. Ja, 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 reichen aus. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe total vergessen, dass... Oh ja, es reicht gerade so eben aus. Okay. Grundstück. Perfekt. Dann setzen wir dein Grundstück da hin. Und ich, dann kommen wir gleich in meine Richtung, Josef, und dann können wir auch zusammen loslegen. Ja, ja, eben. Moment mal ganz kurz. Wir merken uns das jetzt, dass das definitiv klar ist. Ich werde was ganz Interessantes bauen. Willst du es jetzt schon in der ersten Folge verraten? Ich glaube, ich verrate meins noch nicht. Meine Zuschauer wissen schon, was los ist. Ach so, die hatten es schon bei der Redstone World gesehen. Genau. Und die Untergrundmine, die du bauen möchtest, wissen die Zuschauer jetzt auch, weil ich es verraten habe. Oh, Entschuldigung. Tja, ob es eine Untergrundmine wird, da müsst ihr euch überraschen lassen. So. So, das ist jetzt hier. Ich bin soweit einsatzbereit. Wir sollten gleich losgehen, weil... Wo bist du denn jetzt? Am Ende des Dschungelbioms. So, okay. Jo, ich bin jetzt auch glücklich. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt auf eine Magical Journey gehen. Genau. Kleine Erkundungstour. Test, Test, Test. Lautstärke passt auch soweit. Okay. Ich habe hier mein Grundstück geclaimt. Mal ganz kurz. Ja, TJ. Hier ist ein Dings. Da ist das. Also, es ist relativ eindeutig. Nicht, dass es mein Grundstück ist. Okay. Boah, wehe, wenn das jetzt nachher geklaut ist. So, jetzt geht heißes Karpern. Ich habe schon die erste, nicht Schatzkarte, aber jetzt... Ich springe nochmal. Also, sag zum Ende des Dschungelbioms. Dort, wo der große Berg war oder wo war es jetzt? Genau. Also, ich bin jetzt da so an diesen, am rechten Seitenflanke da vorbei, Richtung Planes-Biom, also Richtung dem normalen Biom. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in Richtung... Äh, äh, äh. Was haben wir hier? Richtung... Sorry, ein schönes... Wo ist denn die Richtung? Richtung Westen. Ich bin bei 5000... Aua, 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 hier sind... Nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Echt? Wahrscheinlich bin ich tot, ja. Oder? Ich wurde auch schon von umgespült am Spawn gekillt. Hast du überlegt? Nein, ich bin schweren, ich habe geworfen, nein, ich habe es überlebt. Ich habe es... Nein, ich bin... Oder, weiß ich nicht, bin ich jetzt tot? So, dann komm mal zu mir Richtung Westen und dann können wir gleich mal zusammen hier erkunden und haben dann dafür eine etwas längere erste Folge, die dann auch, denke ich mal, recht spannend sein wird. Yes, 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 yes. Ja, ich lass mich erst mal zu dir finden. Sollen wir vielleicht nochmal für die neuen Zuschauer, die hinzugekommen sind, einmal kurz zusammenfassen, was Craft Attack überhaupt ist? Gute Idee. Was ist Craft Attack? Ja, für uns beide ist das jetzt... Welche Koordinate bist du nochmal? Minus 5000... Ah ne, 5000 minus 7666. 5.766? Also 5.000 minus 7666. 7666, oh, du bist so ein sehr weites Stück von mir entfernt. Das wird noch sehr lange dauern, bis ich dann da bin. Kannst du schon mal zu mir kommen, ich fahre mir schon mal ein bisschen Essen und so für unsere Tour. Hier sind sehr, sehr viele Melonen, die kann ich schon mal mitnehmen. Haben wir uns überhaupt gemerkt, wo der Spawn ist? Ja, werden wir wohl finden. Also es sind ja genug Leute online, die es wissen... Ah, jetzt hab ich noch vergifte, wisst ihr was? Ich kill mich jetzt. Es gibt einen Todes-Counter, ne? Ich bin auch schon gestorben. Ich wurde gerade am Spawn schon umgebracht, bevor wir überhaupt gestartet haben von umgespielt. Es ist mir dieses Season nicht so wichtig, muss ich auch sagen. Ach, es müsste kommen. Wurscht. Weil du willst sowieso sterben, vermute ich einfach mal jetzt hier ganz und so schämt. Leute, wenn mein ich, ich, ihr Goal, das ist jetzt, pass auf, wir machen jetzt folgendes, jetzt werde ich ein Move hinlegen, ja, ich werde jetzt dubben, ich sag euch folgendes, ich werde jetzt einen absichtlichen Tod machen und dann war's das. Nachher will ich kein einziges Mal sterben. Ich bin mal gespannt, wie viel Tode Josef in dieser ersten Folge schon hat. So. So. Brutale Absicht. Gut, wollen wir vielleicht erstmal damit anfangen, was Craft Attack ist? Also ich fang einfach mal an, Josef, du kannst dann ja einfach ergänzen und reinschmeißen. Craft Attack ist ein ganz, ganz großes und ganz, ganz altes Minecraft-Projekt. Und dieses ist jetzt zum siebten Mal. Das findet immer einmal im Jahr statt, da kommen die ganzen YouTuber zusammen. Es gibt nicht wirklich viele Regeln. Wir spielen in einer Amplified Vanilla 1.14.4 Welt auf Hardcore-Schwierigkeit. Und das Ziel ist einfach, hier zusammen zu bauen, zu spielen, Quatsch zu machen. Das ist immer ganz unterschiedlich mit den jeweiligen Teilnehmern. Josef und ich sind jetzt in der zweiten Staffel dabei. Ja, das hat auch ganz schön die Koordinaten statt von dir. Was? Minus 5000, äh 5000 minus 7600. 7600, das heißt, ich muss in diese Richtung. Du musst ganz gerade einfach Richtung Westen fast vom Spawn aus. Ein bisschen links dran vorbei, dass du nicht ganz oben auf dem Berg bist. Und dann passt das. Jetzt musstest du mich sehen. Wo bist du? Ich bin schon ein bisschen weiter hier hinten. Minus 7600, ne? 4900 bin ich jetzt auf der X-Koordinate. Lol, ich bin hier irgendwo in der Luft. Eventuell schaffst du es bis zu mir. Ich bin hier unten in so einer Schlucht. Siehst du, bist du immer noch beim Dschungelbiom? Siehst du das noch? Ja, also ich bin jetzt auch noch in der Schlucht, aber ich gehe mal einfach weiter. Versuchen wir so weit wie es geht, einfach Richtung Westen fast gerade vom Spawn zu kommen. Das sollte dann passen. Jetzt bin ich gelandet. Also, und ich bin gelandet bei 4824 minus ... 4824? Ja. Ich bin bei 4900 genau. Das passt dann. Und dann auf welche Y-Koordinate? Ja, auf welche Z-Koordinate? 7666, also minus 7666. Da sind wir fast beieinander. Du bist in der Schlucht, ne? Vielleicht bin ich über dir. Warte mal, ich bin bei minus 4900, also 4900 bin ich. Jetzt bin ich in der Schlucht drin. Hier sind Melonen, die sind gut, ne? Ja, ich habe auch schon ganz, ganz viele gefarmt. Die können wir erstmal jetzt gleich von Anfang gebrauchen. Du musst fast bei mir sein, Josef. Ich bin jetzt hier in einem kleinen Pool. Wir warten jetzt auf Janus. Und dann machen wir das mit Janus ganz kurz. Kürze deine Koordinaten. 4857, 63, minus 6, minus 7661. Ah, da bist du schon vor mir. Warte. Ich muss doch die Melonen hier noch mitnehmen, weil wir brauchen auf jeden Fall Essen. Im Hardcore-Modus verbrauchst du viel Essen. Und das ist nicht gut. Ist zu deiner linken denn so ein normaler Hügel ohne ... Also mit Birch Forest, den du siehst? Naja, versuch die Koordinate zu finden. Das ist die leichteste Möglichkeit. Das Problem ist, ich bin ... Hier ist ziemlich viel rauf und runter. Eigentlich musstest du gleich bei mir sein. Bei mir ist so ein riesiger schwebender Werk auf der rechten Seite, wenn ich Richtung Westen gucke. Ich seh dich, glaub ich, oder? Ja, du siehst ... Guck mal nach unten. Ich seh deinen Namenstack, oder? Ist das iOS 100 da oben? Ich hüpfe jetzt. Ja, da bist du. Ja. Perfekt. Dann haben wir es ja relativ gut direkt hier zusammen geschafft. Wir haben Janus gefunden. Okay, dann kann jetzt nichts mehr schief gehen. Meine Damen und Herren, jetzt geht es los. Ich würd sagen, wir gehen am einfachsten straight Richtung Westen, Josef. Ich werd wahrscheinlich jetzt noch mal einen kurzen Cut machen. Okay. Ich weiß nicht, dass das ... Okay. Und dann würd ich, warte mal, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, hier direkt. Dreh dich um. Dreh dich um. Hier, hier, hier. 100. Hier, hier, hier. Andersrum. Ich seh dich nicht. Da. Ach so. Okay. Dann, ähm, pass auf. Warte kurz, einen Cut setzen. 3, 2, 1. So. Und dann stell ich mal kurz neben mich. Dann machen wir nämlich jetzt ab hier 3, 2, 1. So. Und jetzt noch mal richtig herzlich willkommen zu Craft Attack 7. Meine Damen und Herren, Janus ist bei mir. Wir kennen es ja schon aus Red Zone Vault. Als kleines Dream Team zusammen. Und wir werden jetzt auf Erkundungsreise gehen, ne? Genau. Das ist der Plan für diese erste Folge, dass wir ein bisschen guten Loot kriegen. Und, äh, ich würd sagen, wir gehen möglichst gerade Richtung Westen einfach. Da finden wir nämlich auch gut zurück. So, hier haben wir jetzt auch mal die ersten Tiere gefunden. Mit den Schafen und hier mit den Pferden können wir leider noch nicht viel anfangen. Ich werd erstmal hingehen, die jetzt hier alle töten, dass wir ja einen guten Bestand an Essen, Wolle und sowas, was wir alle später brauchen können, haben. Das nehmen wir alles mit. Das versorgt uns dann gleichzeitig hier auch auf der Tour mit ausreichenden Mengen an, äh, ja, Fleisch und Essen. Das brauchen wir unbedingt, damit wir hier nicht die ganze Zeit irgendwie eine Essensfarm oder so am Beginn bauen müssen. Und deswegen nehmen wir jetzt das, was wir hier an neuen Shanks mit aufdecken und was an neuen Tieren da ist, direkt mit. Und das ist dann auch super direkt gleich unser erster Proviant. So, wir haben Lamas gefunden. Aber mit denen kann man nichts machen, oder? Ne. Oh, Entschuldigung. Ja, los! Die spucken uns an. Nein, genau, die können einen angreifen und anspucken. Aber ich glaub, droppen tun die nichts außer Leder, wenn ich mich nicht recht entsinne. Die kann man irgendwie zähmen und dann laufen die einem hinterher. Das wissen aber, glaub ich, die Zuschauer bestimmt besser. Ja, die droppen Leder. Ich glaub, wir sollten die besser am Leben lassen, Josef. Ja, Lito, das Gebirge ist relativ groß, was vor uns liegt. Die Frage ist, wollen wir wirklich da jetzt durchgehen? Ich würd mal sagen, lass uns in die Richtung gehen hier. Ne, lass uns hier so seitlich hoch, weil von oben sehen wir halt die Sachen besser, muss man einfach sagen. Das Problem ist, dass die Besonderheiten, wie zum Beispiel Dörfer etc. überall theoretisch generieren können von der Höhe. Ach ja, stimmt. Und wenn wir nur unten durchgehen, sehen wir halt nur, nur halt unten. Und den oberen Bereich sehen wir halt nicht. Das wäre ein bisschen, ja schade, wenn wir dadurch irgendwas verpassen, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt hier schon das mehrständige Abenteuer auf uns nehmen und die Sachen hier durchgehen. Also wir sollten schon hochgehen und dann gucken. Da muss man halt ein bisschen aufpassen mit dem Runtergehen, dass man da nicht geübt. Genau, für unsere Zuschauer vielleicht eine gute Idee. Das ist doof, dass ich erst jetzt damit beginne. Aber ich mache jetzt folgendes. Ich starte jetzt eine Stoppuhr, wie ihr seht. Da läuft die Stoppuhr. Eins, zwei, drei. Wir werden euch jetzt immer sagen, in welcher Minute des Abenteuers wir uns befinden, wenn wir die Aufnahme fortsetzen. Okay? Genau, das ist eine gute Sache. Dann kriegt ihr auch mal ungefähr ein Gefühl für, wie das ist. Ihr seht gerade, wir leben hier ziemlich am Limit, muss man sagen. Wir senken uns jetzt hier mal zwischen den Bergen hoch. Ihr seht schon, wir sind hier wunderbar bei einem schönen Flower Forest angekommen. Gegebenenfalls können wir ein paar Blumen mitnehmen oder auch immer später hier zurückkehren. Josef ist hier einer der ganz, ganz Mutigen, der hier drüber hüpft. Und sieht man hier oben was, oder? Janus, geil, da ist nix. Och man, du bist so ein Trollkerl. Doch, guck mal, da ist ein Feuer, da ist ein Dorf. Ohne Scheiß, da hinten ist ein Dorf. Ja, perfekt. Okay, meine Damen und Herren. Da ist das Dorf. Wir haben etwas gesehen. Da hinten ist ein Rauch, da hinten ist ein Rauch. Das ist sehr, sehr gut. Wir teilen den Loot 50-50, würde ich sagen, Josef, okay? Da müsstest du jetzt noch mal ins Kleingedruckte gucken. Nein, natürlich. Das denke ich am einfachsten. Oh, hier sind Wölfe, aber ich habe noch keine Knochen. Ich hätte so gerne jetzt schon einen Hund. Was machst du da? Runterhüpfen, kannst du mit Essen wieder auffallen. Das ist ja nicht Hardcore, das ist ja nur schwer. Ach so, ach ja, stimmt. Wir brauchen also keinen Biegen, um zu regenerieren. Wir brauchen aber mehr Essen. Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Ich überlege gerade. Ja, ich kann da noch nicht hin, da ist eine Riesenschlucht. Komm hoch, ich warte hier auf dich. Ich renne hier jetzt nicht vor. Wir verlieren ja nichts. Da unten fackelt schon alles ab. Wo bist du? Hier, du bist vor mir. Hier, ich bin über dir. Auf der Spitze des Berges, der über dir ist. Hier. Ach, guck mal. Lass uns hier unten durch das Tal und dann so rein. Weil es gibt keinen anderen Weg, glaube ich, der sinnvoll ist. Ja, warte mal, wir bauen uns rüber. Wir sind Minecraft. Hier, komm, wir bauen uns rüber. Ja, ich sehe es schon. Komm, der Josef, dem zittert nachher seine Sneakhand und dann weg war er. Oh, oh, wir leben hier echt schon am Limit für die erste Folge. Das Problem ist, wenn wir sterben, sind die Sachen halt sehr, sehr weit weg. Komm, Josef. Ach, Josef, du bist zu langweilig. Ich stacke mich jetzt hier einfach rüber. Ich bin es gewohnt. Ich bin es gewohnt. Wir sind hier gerade auch erst am Ende gewesen. Die letzte Zeit hatten wir uns auch einfach übers Nichts drüber gestackt. Komm. Solange der Josef jetzt hier mich nicht runterschlägt und das Dorf alleine lootet. Wo sagst du was, Janus? Bring mich auf die Idee. Ich glaube, da wäre die Staffel jetzt hier an dieser Stelle zu Ende. Echt? Ja. Für dich. Nö, es ist Kraft und weg. Guck mal, da unten ist die Klingel und da sind die Baby-Villager. Du musst jetzt weiter. Ich habe keine Erde mehr. Ich aber. Da. Ja, ich muss am Limit leben. Die Skyblock-Spieler wären wahrscheinlich jetzt drei, vier Mal so schnell gewesen wie wir. Perfekt. Ah, ich bin so happy, dass wir das gefunden haben. Pass auf. Wenn du gleich runter gehst, nicht hüpfen. Da ist direkt ein Zombie. Und wir sollten eventuell ein paar Baby-Villager einbauen. Josef? Ich habe keinen Dreck mehr. Ich habe keinen Dreck mehr. Habe ich noch irgendwas? Ich kann noch drei Steine nehmen. Okay. Ja. Hast du noch einen Stein? Drei. Drei. Geh mal weg da, geh mal weg da. Und Geronimo! Janus? Janus, bist du gerade runtergefallen? Nein, das war der Zombie. Aber ich sehe fast aus wie der Zombie. Die Glocke würde ich gerne haben. Ja, jetzt kommen wir. Wir holen gleich noch mehr. Ist nicht schlimm. Sollen wir die einsperren? Was? Wir haben nichts zum Einsperren. Wir müssen die einsperren. Nicht, dass wir nachher ein Villager für eine Eisenfarme oder so brauchen. Dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, da wird es doch noch ein anderes Dorf geben, oder? Ja, es gibt wohl eins am Spawn. So, Kind 1 ist eingesperrt. Aber war das denn jetzt schon alles? Nein. Ich habe zwei Kinder eingesperrt, Josef. Ja, aber wo ist denn der Rest des Dorfes? Oben. Das ist falsch generiert. Wir müssen uns jetzt gleich einmal entweder hier hochgraben. Komm mal mit, Josef. Wir graben uns mal hier hoch. Dann haben wir sowieso ein paar Rohstoffe. Ich weiß nicht, das war nicht so viel höher. Das war so ungefähr 20, 30 Blöcke, würde ich sagen. Ja, kommt hin. Ich mache so eine Wendeltreppe, das sollte ... Was ist das? Boah, ich habe gerade schon Angst gehabt, dass ich jetzt hier runterfalle. So, also was haben wir hier oben Schönes? Warte, Josef, noch nicht. Warte, warte, warte auf mich. Hast du dich einfach hochgestreckt? Gemein. Darf ich die Schweine hier killen? Hä? Hier ist noch eine Glocke, ne? Oder? Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. Aber das Lagerfeuer möchte ich haben. Ja, das ist gut. Das sollten wir gleich haben. Josef, das müssen wir aufbewahren, das Lagerfeuer. Ähm. Weil, äh, da kommen Essen ... Ich konnte es nicht abbauen. Ach, hast du es kaputt gemacht? Ach ja, ich weiß gar nicht. Gut, dass ich die Mechaniken so gut kenne. Ja, Heu auf jeden Fall mitnehmen. Hier, die Grindstones kannst du hier einen abbauen. Oh, Essen. Und Badrock. Äh, Obsidian. Und ein Diamantarmor und Boots. Schmeiß mir mal das zu. Lass mal mal kurz essen. Die Horsearmor einmal? Ja, du hast jetzt mehr. Äh, die Horsearmor halte ich mal, obwohl die kannst du auch mehr wegen nehmen hier. Geh mal kurz. Ich schmeiße dir ... Wir teilen es sowieso gleich nochmal auf. Ich brauche sie eigentlich nicht. Ein Pferd ist nochmal hier. Schwein. Die Melonen. Ist noch irgendwas anderes hier? Nee, nur Melonsamen. Wir müssen mal gucken, dass wir noch andere Seeds hier finden. Ja, so spektakuläre Sachen sind nicht, aber ein Bett nehme ich mal mit, auf jeden Fall. Oh, eine Katze. Hier ist Eisen und Essen, Josef. Und Kartoffeln, das ist gut. Die können wir dann zum, äh, die Seeds mitnehmen. Kannst du die Betten auf jeden Fall mitnehmen? Mhm. Hier ist alles leer. War es das schon mit dem Dorf? Ich glaube, das war es schon. Ja, so ein spektakuläres Dorf ist das wohl nicht. Okay. Es sei denn, wir haben ... Mal ganz kurz. Wenn wir jetzt nichts verpasst haben, das sollte nicht mehr sein. Es kann sein, dass unten noch irgendwo was ist. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir uns da unten bauen müssen. Ja, ich will kurz nochmal zusammen, wenn ich jetzt hier gerade am Aufnehmen bin, einmal gucken, ob die Villager irgendwas Besonderes haben. Aber ich frage mich gerade, wo die, äh, die süßen Villager sind. Du hast sie nicht getötet, ne? Ich habe sie nicht getötet. Warum sollte ich? Ich frage mich bloß, wo die verschuldet sind. Da waren doch gerade zwei, drei Stück. Ich habe sie nicht. Du hast sie nicht, okay. Das Schweinefleisch nehme ich auf jeden Fall mit. Das gucken wir mal. Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter, was hier sonst noch so in der Gegend ist und melden uns, wenn wir die nächsten spannenden Sachen gefunden haben. Nein, nein, ich wollte gerade dabben. Ich habe gerade gedabbt, ich habe gerade gedabbt, ich dabbe. Nein. Ach, du hast deine Face gemacht? Ja, nein, ich wollte gerade, ich wollte gerade so ganz lässig so. Ich habe es geschafft und da kommt ein Skelett und greift mich an. Okay, dann hüpfe ich mal hinterher. Josef, du musst dich befreien. Du musst mich befreien. Die Skelette machen so viel Damage. Und wie die Damage machen. Wo ist das Viech? Weg, weg, weg. Einfach weglaufen. Komm. Wir müssen hier schnell weg, bevor die Monster da sind. Ihr seht, wir leben hier wirklich am Limit. Nein, nein. Ich habe gerade schon gesagt, Josef wäre gestorben, wenn er hier wieder so rumheult. Ich habe halbes Leben, ich habe halbes Leben, ich habe halbes Leben. Josef, da vorne ist ein Pilz. Psst, egal. Da vorne ist ein Pilz und Zucker. Zucker, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Ihr habt das Ding jetzt nicht umsonst gekillt. Ich will noch eben mein Tribut haben. Hast du dein Knochen bekommen? Ich habe mein Knochen bekommen. Ich habe mein halbes Leben gerade gehabt. Leute, no risk, no fun. Das wäre viel zu langweilig. Das, meine Damotern, ist Craft Attack. Und das erleben auch nur die Zuschauer, die dranbleiben. Tut es. Genau. Ich sehe es schon, komm, Josef steht noch in der ersten Folge. Nein. Nein, 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 sagte er und starb. Hä? Wo ist denn das jetzt? Hier. Zack, ich habe mal einen Pilz für dich mitgenommen, Josef. Wo bist denn du? Hier. Ha, lustige Hilfsstellung. Ja, ich bin hier bei so einem schwarzen Schaf. Wir haben das Meer gefunden. Das ist jetzt direkt hier vorne. Das ist für uns gut, denn im Meer gibt es sehr, sehr nützlichen Loot. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier nochmal ein bisschen Holz ab. Und dann können wir gleich das erste Mal zusammen Piraten spielen. Und gucken, ob wir das ein oder andere Schiff und dann auch die ein oder andere Schatztruhe finden. Hast du die schon mal in Minecraft im Survival gefunden? Ja. Aber im Survival noch nie. Aber Schatztruhe, ich weiß nicht, wie die funktionieren. Und das wäre natürlich jetzt mega krass, Leute. Also, komm mal mit. Ich bin bereit, Janus. Hast du schon ein Boot? Nein. Wir brauchen ja ein Boot, sonst schwimmen ist hier, wäre nicht gut. Ich packe mir mal zwei Stück ein. Komm mal zu mir. Wo bist du denn? Direkt am Meer, hier vorne. Ich auch. Also, ich bin weiter mehr als du, glaube ich. Warte mal, dann fahre ich mal ein Stück nach vorne. Die Bären lassen wir hier, die haben wir schon eingepackt. Siehst du mich? Ich bin jetzt hier in der Bucht vorne. Komm mal aus der Bucht raus. Ich warte, ich dreh hier mal meine Runde. Siehst du das Zuckerrohr? Ich bin jetzt zur linken Seite der Bucht. Ich nehme jetzt hier nochmal das Zuckerrohr mit. Fahr mal ein bisschen weiter raus und fahr mal so um diese ganzen Dings herum irgendwie. Jetzt haben wir uns irgendwie ein bisschen verschlüsselt. Ich stehe auf einer Insel. Hier sind Delfine. Ich bin auf einer Insel. Janus, gefallen. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen. Nee, ist nur eine. Komm mal hier, eine Insel mit zwei Holzbergen. Wait a second, ich sehe dich gar nicht. Wir waren gar nicht so weit auseinander. Ich baue mich jetzt nach oben. Ich baue mich nach oben, bis du mich siehst. Ah, ich sehe dich, da vorne ist es. Du bist unsichtbar. Warum bin ich unsichtbar? Oder bist du gerade wieder runtergesprungen? Ah ne, jetzt bist du sichtbar. Nein, da bin ich. Na komm. Komm mit ins Boot. So, meine Damen und Herren. Komm mit ins Boot rein. Boots, du aller Janus. Ja, ich bin drin. Und los geht's. Bevor die Kugelfische uns eingreifen. Ach, die greifen uns nicht an. Doch. So. So. Janus steuert. Wir werden uns jetzt ein bisschen abwechseln mit dem Fahren und ja. Sehen dann, ob wir was cooles finden. Werden wir bestimmt. Hab ich doch gesagt, dass da was ist. Ja, Josef hat's gesagt. Da vorne ist ein kleiner Tempel. Da können wir mal gucken, ob was ist. Ihr seht schon, wir befinden uns hier immer noch recht nah an der Stelle, wo wir gerade losgefahren sind. Das Biom hier vorne mit den Wasserstrukturen ist da. Da ist ein Boot und ein Ding ins, Josef. Mal gucken, ob wir hier eine Schatz trugen. Ich gehe das Boot erkunden. Okay, dann gehe ich die Struktur erkunden. Aber hier ist auch ein Drowned schon, ne? Und die sind saustark. Hier sind zwei Drowned bei mir. Ja, die greifen mich aber gerade eher an. Greifen sie dich an oder mich? Dann, warte, fahr du mal weg. Ich hole dich gleich ab. Ich hole dich gleich ab, Josef. Wobei, der hat jetzt nichts, mit dem er auf mich schießen kann, ne? Aber er kann dich berühren. Hier ist ein bisschen Goldhelm und ein bisschen Weizen. Also nichts drin, was sich lohnt. Hatten die noch was? Solange der Server nicht laggt, ist ja alles kein Problem. War hier immer unten drunter was vergraben? Weiß ich nicht. Ich muss auch Luft holen, das ist schon mal gut zu wissen. Ich weiß gar nicht, wo war das? War das vergraben? Nein, aber da ist eine Truhe auf jeden Fall drin. Ich sehe eine Truhe von deiner... Ja, die habe ich schon gelootet. Da war nichts Besonderes drin. Da war ein bisschen Weizen und ein Goldhelm. Jetzt bin ich hier der... Jetzt einmal leise. Ich konzentriere mich gerade, hier unten ins Boot reinzukommen. Ist hier was überhaupt drin? Ja, da ist eine Truhe. Und, oh ja, Eisen ist drin. Eine Menge Golden Nuggets. Lol, die noch die Textatur der Redstone World haben. Das fand ich letztens auch. Und ich sterbe. Nein. Ich will raus. Nein, nein, nein. Ich komm, ich hole dich ab. Ich hole dich ab. Hier, hier, komm. Hast du alles? Ja, mal ganz kurz. Ja, ich muss ein bisschen sortieren. Also, die Samen brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das Fleisch... Ne, brauche ich das Fleisch schon unbedingt. Ja, wir brauchen halt nachher was zu essen. Wir sollten uns dann ein... Ein Lagerfeuer machen, damit wir das halt... Wow. Kugelfisch. Was machst du da? Ich bin über Kugelfisch gekommen. Oh, ich bin... Janus, ich habe so ein Leben. Sorry. Du musst dich auf... Lass den Scheiß. Ich habe es nicht gesehen. Ich wollte mich gerade regenerieren. Hier, guck hin. Gut, gut. Anscheinend muss man auch beim Boot fahren. Ja, aus dem echten Leben auch. Ganz ehrlich, ich bin neulich mit dem Auto mitgefahren. Janus, da habe ich ihn mitgenommen. Und plötzlich macht es... Pupp! Ist da plötzlich uns ein Vogel gegen das Auto geflogen. Der konnte ich nichts für. Ja, ja, ja. So, okay. Es geht weiter. Gut, gut. Ja, direkt unter uns. Guck mal. Okay. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich muss einmal kurz was essen. Ich habe nicht voll regeneriert. Geh mal rein und guck. Die sind ja manchmal vergraben, die Sachen. Also, ich glaube, da ist auf jeden Fall ne Kiste. Müsste zumindest sein. Siehst du Drowned Mobs? Ne, erstmal nicht. Schildkröten, wenn die schlecht waren, dann könnten wir natürlich jetzt gucken, dass man irgendwie Luft unter Wasser bekäme. Okay, hier ist direkt schon der Boden. Ich weiß nicht, ich habe in jeder... Also, mit der Luft ist echt schon tricky, muss man sagen. Ich muss vor allem jetzt hier ein bisschen was essen, sonst wird das hier alles sehr, sehr risikoreich. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau so ging es mir gerade auch. Hast du ins Boot schon geguckt? Bin gerade im Boot drin. Ich glaube, es gibt auch Boote, bei denen nicht so viel zu sehen ist. Hier scheint es nicht so viel zu geben. Ich weiß nicht. Länger kriege ich meine Luft nicht angehalten. Ja, wir sollten es nicht riskieren, jetzt hier wegen sowas zu sterben. Dann lass uns lieber nochmal weiterfahren. See. Bist du drin? Ja. Perfekt. Hier vorne ist das Eisbiom. Ich würde sagen, wir fallen jetzt einfach mal Richtung zurück, weil wir sollten uns hier eher am Meer orientieren als unbedingt dann an der Richtung, oder? Hast recht. Okay, weiter geht's. So, da ist schon das nächste Wrack direkt am Land. Da müssen wir mal schauen, ob was ist. Das wäre natürlich cool, wenn wir eine Schatzkarte finden und hier direkt auf Abenteuersuche gehen. Es kann auch sein, dass wir manchmal ein bisschen graben müssen. Es kommt halt darauf an, wie es generiert wurde. Hast du eine Schaufel mit? Weil das ist zum Beispiel generiert und ich denke, hier ist eine Kiste, aber da ist Papier drin und Gunpowder, aber... Eine Leathertonic mit Tor... Was ist das für eine Verzauberung? Ich weiß gerade nicht ganz genau, was die macht. Ich auch nicht. Lass uns nochmal gucken, ob hier noch eine zweite Kiste drin ist, Josef. Nee, es ist meistens immer nur eine Kiste hier an dieser Stelle. Und eine Schatzkiste ist zufällig drin? Ja, das ist glaube ich zufällig. Aber wir können gerne gucken. Ich meine, dass es nur eine Kiste gibt. Wir gucken mal, was hier passiert, wenn wir noch den restlichen Kram ausgraben, weil hier ist auf jeden Fall noch ein weiteres Deck. Aber das sieht ja dann schon sehr nach Ende Gelände aus, wenn ich jetzt gerade hier so mal gucke. Ende Gelände. Ende Gelände. Schiff ist hier nichts mehr da. Ja, lustig. Okay, gut. Dann hüpfe ich mal rein und fahre jetzt mal bei Josef mit. Warte, warte, warte. Nicht wegfahren. Und ich bin drin. Perfekt, dann können wir jetzt weiterfahren. Josef, 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 links, 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 links. Da ist noch ein Frack. Links, 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 links. Ganz stark links einschlagen. Oben an Land. Auf der Eisplattform. Auf der Eisscholle. Hier vorne. Hä, bin ich jetzt blind? Ach da. Doch, doch, doch. So gut wie blind, würde ich fast sagen. Ja, ich bin so gut wie blind. Jetzt haben wir raus. Meine Damen und Herren, drückt uns die Daumen, dass wir hier fündig werden. Perfekt. Ja, erstmal glitscht ich hier rum. Wunderbar, diese Minecraft-Mechaniken. Ist da eine Kiste? Ja, hier ist nichts drin. Echt? Nichts? Nein. Also Gold ein bisschen und Labelslazuli. Nee, schade. Ach, langweilig. Vielleicht ist hier, warte mal kurz kurz, es könnte sein, dass das Schiffchen ein zweites Deck hat. Ja. Hier ist auch noch eine Kiste. Und hier ist eine Schatzkarte drin. Echt? Ja, 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 raus, 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 Janus, Janus, Janus. Alter. Ist es die Empty-Map? Nee, ne? Drückt er mich unter Wasser. So, jetzt lass mal gucken. Ja, ist Empty. Geil. Und zwar, wir sind jetzt, okay, los geht's. Weißt du, zeig mal kurz, bitte. Kann man die irgendwie sichtbar machen auf dem Boden? Nee, ne? Nein. Pass auf, gib sie mir aber gleich wieder zurück. Ja, ja. Achtung. Ah! Ist die jetzt weg? Nein. Janus. Okay. Guck mal kurz drauf. Buried-Treasure-Map. So, okay. Vorte, die rutscht zu dir. Gleich ist sie weg. Ich fahr und du sagst, wohin. Okay, oder noch besser. Dann auf geht's und los geht's. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Schatzsuche. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir sind. Es wird irgendwo am Wasser sein. Also es ist in die Richtung, wo wir waren. Du musst sehen, wo sich das hinbewegt oben auf der Map. Dann kannst du es daraus ablesen. Hat sich noch nichts bewegt bis jetzt. Der Punkt bewegt sich nicht nach, also am Rand. Nein, nein, der bleibt immer noch, ist immer noch rechts oben in der Ecke. Der Punkt. Okay, es kann natürlich sein, dass wir jetzt in die falsche Richtung fahren. Jetzt ist der Punkt kleiner geworden. Das heißt, wir sind in die falsche Richtung. Der Punkt ist kleiner geworden. Fahr zurück. Fahr zurück. Warte mal, ich bewege mich mal in alle Richtungen. Mal gucken, ob du da was passiert. Wir sind, der Punkt ist kleiner geworden. Wir sind völlig falsch. 180 Grad. Da müssen wir, glaube ich, dahin, wo wir waren, oder? Ja, zurück, zurück. Du musst weiter und weiter nach rechts. Gut, gut. Wir schauen mal, ob wir da was finden. Ja, ist gut. Wir sind jetzt auch auf dem richtigen Kurs. Es muss hier an der Küste sein irgendwo. Ja, ja, kriegen wir hin. Pass auf, die Küste geht nämlich weiter. Wir müssen jetzt einmal diesen Berg überwinden. Dahinter geht es noch weiter? Dahinter geht es weiter. Das ist eine spannende Sache. Janus, wir steigen jetzt aus. Ich übernehme die Führung. Warte, nimmst du das Boot? Ah, hier wollte ich noch mit. Nimm du das Boot mit? Hab den Platz, ja. Ja, aber hier muss irgendwo Wasser sein, weil... Ja, 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 ja. Irgendwo an der Küste muss es doch sein. Ja, ha. Ja, die Treasure Maps sind wirklich, wirklich spannend, muss man sagen. Es wird hier gleich Wasser wieder kommen müssen, weil sich gerade die Karte aufbaut. Ja, ja, wir sind jetzt gerade auf dem richtigen Kurs. Stopp, mal ganz kurz. Äh, warte. Wir müssen hier außen rum lang. Nee, ah, jetzt gehen wir in die Richtung, ne? Nee, nee, stopp, Janus, stopp, stopp. Ich hab einen Fehler, einen Denkfehler gemacht. Wir sind genau, wir sind hier dort. Nee, nee, wir sind. Wir sind hier schon richtig. Das muss hier an der Küste sein, weil sonst macht's gar nicht mehr. Ja, ja, hast recht. Hast recht, wir haben jetzt gerade den Berg auf der falschen Seite überquert. So. Ja, warte, warte, warte. Das heißt, das ist der Berg. Nee, da lauf ich jetzt hin. Ist das... Achso, ist das so nah schon dran? Ja, wir sind relativ nah dran. Okay. Glaube ich zumindest. Ja, doch, die Karte baut sich ja auf. Das muss jetzt gleich hier kommen. Ja, die Karte baut sich ja auf. Ja, ja, man sieht es gerade bei mir im Video. Die Karte baut sich auf. Perfekt. Lol, hier ist ein bisschen Zuckerrohr. Boah, weißt du noch, hier hast du Zuckerrohr gebraucht. Ja, hab ich ja gesagt, wir fahren jetzt wieder zurück. Wir müssen bloß gleich in die andere Richtung und dann passt das. Jetzt bin ich mega aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Ich fahr dir hinterher. Ich fahr mal dem rennenden Josef hier hinterher. Das muss ja jetzt hier irgendwo sein, oder? Ja, ja, ich bin auf der Karte drauf. Ich bin sichtbar, ich bin sichtbar. Ja, ja, ja. Ich bin so aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. Wie ein kleines Kind. Ich freu mich übelst. Mal gucken, wo es ist. Wo ist die Bucht? Bip, 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 bip. Wo bist du hier? Unerreicht, okay. Hier ist der Schatz vergraben. Wo bist du? Ein Netherstar. Oh mein Gott, wie geil. Sind da nicht drin. Leider. Wo bist du? Ja, hier. Was heißt hier? Auf der anderen Seite. Du müsstest einmal die Klippe überqueren. Ich war da doch gerade schon mit dem Boot. Nein, auf der anderen Seite der Klippe. Warum bist du mir nicht angezeigt? Ja, da werden nicht alle angezeigt, leider. Ich hab die Karte. Und? Okay. Wir haben einmal ein Earth of the Sea. Wir haben TNT für early. Also wir zeigen, guck ihr mit rein. Also das sind die Sachen. Earth of the Sea. Nimm du das mal zur Sicherheit. Ich nehm die Emeralds, weil ich gut Emeralds hab. Diamant. Ich hab mal ganz kurz hier den Killer. Und hier du auch. Jetzt kriegst du auch das Achievement. Warte, warte. Ich muss kurz mal hier ein bisschen mein Inventar aufräumen. Da hat Janus das Achievement. Hab ich das bekommen? Ja, ich hab dir den gegeben. Vielleicht hast du das Achievement schon gemacht, weil du es kurz nicht hart genommen hast. Das Essen solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Das Essen. Das muss ich mitnehmen. Ich bin grad am überlegen. Jetzt wird mittlerweile das Inventar schon recht voll. Das Holz kann hier sein. Ja, mein Inventar ist auch nicht voll. Das Holz kann hier sein. Also was müssen wir uns auch überlegen. Letztendlich, die Wolle. Brauchen wir die Wolle jetzt unbedingt. Die Wolle brauch ich nicht. Ne. Die Wolle krieg ich auch. Dann Porter brauche ich auch nicht unbedingt. Das Häupte. Ah, okay. Du musst es tatsächlich dann einmal das Inventar auf und zu machen. Ja, natürlich. So. Und Fackeln. Ich mach mir mal eben ganz kurz Fackeln. Ja, mach das mal. Das ist doch gut, Josef. Da haben wir schon einiges an Sachen. Ja, das ist gut. Okay, meine Damen und Herren. Wir fahren aber jetzt weiter. Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Hier hinten. Folgt mir. Wir fahren jetzt mal wieder Richtung Spawn, würde ich sagen. Ja, das ist hier die Karte. Die Karte als kleines Andenken. Gebe ich dir mal. Okay, warte. Ich muss einmal kurz dann gucken, was wir hier lassen. Das Weizen können wir hier lassen. Ich würde sagen, wir fahren Richtung Spawn jetzt erstmal. Ja, wir fahren jetzt hier weiter. Aber wir bleiben auf dem Meer, ne? Das Meer ist ein guter. Ja. Na dann. Hier vorne ist das nächste große ganze Schiffswrack, was wir haben. Direkt unter uns, Josef? Mhm. Das ist auch noch komplett da. Ich sehe es. Und dann können wir mal reingehen. Schön ist es jetzt Nacht und da sind wir natürlich auf dem Wasser ziemlich sicher. Ich würde sagen, wir klappern mal beides eben ab. Ich gehe mal kurz nach unten ins Schiffswrack. Da ist auch noch eine Kiste. Warte, ich muss hier gleich kurz raus. Ich muss mal mein Inventar aufräumen. Ich habe viel zu viele Sachen mit. Und... Die Empty Map kann weg. Den Sand möchte ich behalten. Den Fisch würde ich gerne behalten. Ach Mann, das ist doch hier alles tricky ohne Ende, was man mitnehmen soll. Wir müssen sonst unsere Inventars zusammenschmeißen, Josef, dass man nicht alles doppelt mit... Also jeder mitnimmt. Kann ich mal so eine Suppe hier essen? Ich esse hier mal so... Ja, iss die Suppe, iss die Sachen. Ja, aber ich habe hier so eine Suspishik. Oh, das solltest du nicht essen. Das kann entweder was Gutes oder was Schlechtes sein. Das ist Zufall, glaube ich. Weißt du was, dann kippe ich die jetzt über Bord. Hier, kotz, kotz. So, brauche ich nicht mehr. Hast du die Kiste gelootet? Ich nehme sie jetzt mit. Ich muss kurz mein Inventar einmal ein bisschen clean. Strukturieren. Ich habe jetzt noch Essenssachen drin. Das heißt, ich werde mal ganz kurz mich des rohen Fleisches entledigen. Das hört sich irgendwie falsch an. Ich komme nicht raus. Janus. Spaß. Ist das das Ende? Spaß, Spaß, Spaß. Gut. Go ahead. Nächste Kiste. Nächste Schiff. Das nächste Schiffswrack ist schon hier. Ist jetzt nochmal eine Ebene tiefer. Wir gucken mal, was wir hier finden. Was sich ein bisschen nervt, ist, dass wir hier echt schlecht Luft bekommen. Ich glaube, da war nicht so viel Cooles drin. Josef, es kann sein, dass ich sterbe. Nee, doch nicht. Selbst schuld. Selbst schuld. Okay, bei mir war jetzt auch nur wieder ein bisschen Eisen und sowas drin und Gold. Und Lapis. Ja, bei mir auch. Bist du drin? Warte, warte. Okay, ich gucke mal ganz kurz. Irgendwie war noch hier Blast, aber das ist alles, das ist alles Schwachsinn, das ist aus Eisen. Protection. Ja, die ist ein bisschen stärker mit Protection. Hast du irgendwas, was man noch anziehen kann und zieht es an? Oder wenn du Rüstung hast, die man auch anziehen kann, aber nicht mehr brauchst, dann gib die mir. Dann ziehe ich die auch schon mal an. Gut. Ich habe Hose und Boots. Hast du übrig? Ja. Okay, warte, dann gib mir das mal. Die kommen ja gleich wieder hoch. Störe ich. So, weiter geht's. Ich habe natürlich keinen Platz im Inventar, auch geil. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo hast du die Schuhe? Die sind hier vorne. Die nehme ich nämlich auch mit. Alles, was jetzt an Rüstung geht, ziehen wir mal an, weil dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Links, auf der linken Seite, Josef, da ist eine Struktur, die ist so halb wie über Wasser. Die können wir mal riskieren, versuchen zu looten. Der Vorteil ist halt jetzt ... By the way, Aufnahme läuft. Leute, hier, 40 Minuten schon. Ich habe total vergessen, euch das mal zu zeigen. Wir sind schon seit über 40 Minuten dabei. Aber Drowns, ja? Müssen wir eben kurz platt machen. Aber weißt du was? Das ist, glaube ich, noch im Bereich des Machbaren. Vor allem, wenn wir uns hier mal ganz kurz eine Plattform bauen. Einer? Ich sehe nur ... Ah, ne, hier sind ganz viele. Ich hatte gedacht, dass dadurch, dass hier so ... Janus, Plattform, von Land, hier, komm hier. Komm hier. Wenn du die vom Land angreifst, bist du weitaus effizienter. Okay. Es sei denn, der Server laggt, wie jetzt gerade. Dann geht natürlich nicht. Hier ist eine Angel und ganz viel Weizen drin, Josef. Das kannst du gleich mitnehmen, wenn du noch Essen brauchst. Ich weiß nicht, ob hier sonst noch was ist, was sich lohnt zu holen. Warte. Zack. Also, willst du den Weizen und die Kohle mitnehmen? Da ist ein Turm. Da ist ein Turm. Da ist ein Turm. Komm schnell. Schnell, 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 schnell. Ein Raid. Ein Raid. Komm, 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 komm. Guck mal, da ist ein Outpost. Ein Outpost. Wo? Da, ich fahre direkt drauf zu. Schnell, komm mit. Und mir wird es nicht angezeigt, egal. Ja, es ist manchmal hier, weil so viele Spiele online sind. Komm mit. Bist du im Boot? Ja, ne? Ja. Ich habe schon Angst. Hä? Oh ja, lol. Jetzt wird es auch angezeigt. Krass. Ja, krass. Wir erleben hier richtig viel. Vor allem, das ist immer so dicht aufeinander. Ihr seht, wir sind erst 40 Minuten am Spielen. Das ist ja eigentlich nicht viel, ne? Ich kenne die Teile gar nicht. Ich habe die in meiner Survival-Welt noch nicht angespielt. Ich habe keine Ahnung, was ist hier drin? Ich habe keinen Bock jetzt, dass wir hier gleich übelst gebasht werden. Wir werden übelst gebasht. Das kann ich dir schon jetzt sagen. Okay, wir riskieren es. Das ist ja Craft-Attack, hast du ja gesagt. Alter, Janus, hör. Boah, es leckt hier übelst gerade. Ich komme gar nicht voran. Jetzt ist mein Schwert doch noch weg. Janus, mein Schwert ist weg. Warte, ich warte auf dich. Hast du es? Alles gut. Ja, okay. Wenn, sollten wir es zusammen riskieren. Also, weil dann haben wir wenigstens eine reelle Chance, hier irgendwie durchzukommen. Wir gucken mal ganz kurz. Ich habe mal ganz kurz die Koordinaten hier eingeblendet. Okay. Das heißt, wir können ein Video nachgucken, falls wir Sachen verlieren. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Also, da kommt natürlich die ganzen Bösewichte her. Schlafen die nicht gerade? Ist hier was drin? Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie geradet. Da sind auf jeden Fall hier so Dingens. Ja, hier ist eine Kiste, Josef, mit Enchanting-Flaschen. Lustig. Und Essen und Holz. Also, nicht sowas krasses. Wollen wir, komm, lass uns die XP einfach über und schmeißen. Das ist dann ganz lustig. Ja, okay. Warte mal kurz. Ich würde sagen, das Weizen backe ich mal kurz zum Rot. Okay. Hast du, du hast noch wahrscheinlich Rot. Habe ich dir ja vorhin gegeben. Ja, elf Stück. Warte. Ready? Yo. Warte. Komm mal hier. Oder warte so. Drei, zwei, eins. Wui. Wui. Süß. Hat sich fast nicht gelohnt. Okay, aber das ist... Aber hier ist ja irgendwie nichts los. Aber ich habe gedacht, dass hier auch was ist. Also, klar, Rates werden auf die Dörfer gemacht. Aber ich habe gedacht, dass so ein Outpost hier auch eine gewisse Schwierigkeit hat. Vielleicht gibt es hier versteckte Sachen, wie bei den Mansions oder so. Nein. Also, das weiß ich nicht. Uh, das weiß ich erst nicht. Warte, lass uns mal kurz hier gucken. Oder wenn hier drunter direkt Dirt ist, dann sollte hier nichts sein. Wir müssen uns mal echt die Zuschauer um Hilfe bitten, weil die kennen sich da echt gut aus. Liebe Zuschauer, was ist das hier? Welche Aufgabe hat es? Was macht es? Ja, so Villager Outpost, würde ich sagen. Lass uns die Banner mitnehmen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nimmst du mit, okay? Ja. Äh, ich schmeiße sie mal runter. Ich brauche sie mal ab. Hast du nichts mehr Platz im Inventar, oder wie? Doch, einen Slot noch. Da haben wir doch schon eine von dir. Blast Protection, die brauchen wir nicht. Omnius Banner heißt das. Ich habe noch ganz viel Platz in meinem Inventar, weil ich die ganze Zeit aufräume. Was brauchen wir? Gunpowder zum Beispiel würde ich jetzt auch mal rauskicken. Ja, brauchen wir nicht so unbedingt. Das sind halt so Sachen, die du sonst nicht so schnell bekommen kannst. Genau, die Sachen, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. So. Und den Sand kick ich raus zum Wohle des Holzes. Gut, wir erkunden jetzt mal hier gleich weiter. Wo kommen die her? Josef, die greifen uns an. Die greifen uns an. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Die sind übelstark und ich bin hier oben, ich hänge hier fest. Du musst mich retten, Josef. Ja, warte, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Lock die weg, lock die weg, lock die weg. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ja, keine Ahnung. Alter, fall da jetzt. Wow, wow, wow. Der wartet auf mich, der steht da direkt mit der Armbrust vor der Tür. Dann mach das zu, bau die Tür zu und, ähm, warte, warte. Warte, ich komme zum Boot. Ich habe den abgehängt, ich habe den abgehängt. Boah, Alter, ich habe mich gerade so erschreckt. Warte, komm, runter, 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 runter. Pass auf, die sind im Wasser, die sind im Wasser. Schnell einsteigen, schnell einsteigen. Steig ein, hau rein. Fahr, 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 fahr. Ja. Lol. Flying is not enabled on the server. Lol. Ich wurde gekickt. Billig. Ja, wo bist du denn jetzt? Im Boot. Okay, weiter, da bist du. Nee, ich bin nicht im Boot. Nein, nein, nein. Lustig. Warum wurde ich denn gekickt? Wahrscheinlich, weil ich im Sprung in das Boot reingefahren bin. Genau, wahrscheinlich, weil der Server Retard ist. So, da vorne sind die zwei. Was passiert, wenn wir die erledigen? Können wir die denn überhaupt erledigen? Die bringen nichts, die bringen nichts, die bringen nicht viel. Ja, viel. Da kriegen wir doch so, ich glaube. Die haben eine Armbrust, die haben überhaupt keine Long Range Waffen. Okay, okay, okay. Ich dachte, sonst kriegt man diesen Effekt Bad Omen oder so und dann kann man nämlich eine Raid hervorschreiben. Ja, mit unserer Ausrüstung. Hier ist nur ein Mending-Helm mit drin, aber das war es ein bisschen karotten. Was für ein Mending-Helm? Oder? Einfach nur Mending, nur Mending. Mit Eisen oder Diamant? Nein, ein, ein, ähm, Leather. Das ist, glaube ich, die schlechteste Kompetenz, die wir finden. Komm mal hoch, Josef, ich habe noch was gesehen. Warte mal kurz, ich gucke noch gerade, ob hier noch eine andere Kiste ist, aber nee. Okay, du hast was gesehen, was hast du gesehen? Guck mal hier vorne. Da. Folg mir einfach, das ist direkt hier. Hier ist es schon. Ja, ich sehe, ich habe es gesehen. Was ist das denn? In der Struktur. Ich weiß es nicht, eine größere. Da sind direkt mehrere. Lululululululululu und Tschüss und Tschüss und Tschüss. Warum? Weil die ganzen Drawings kommen. Komm rein. Wir können auch mal direkt rüberfahren oder bist du mutig? Willst du da reinhüpfen? Dieses Boot. Ich weiß nicht, ob da unten irgendwas Besonderes ist. Ein Drowned ist hier auf jeden Fall. Eins, zwei Drowns sind hier auf jeden Fall. Also ich finde, die beste Strategie gegen Drowns ist, sich einfach hochzubauen, so dass sie kommen, ja. Und viel Spaß. Siehst du denn da unten die Kiste? Ist da eine Kiste denn? Ich stehe da selber. Da wird wohl was sein, vermutlich. Ich weiß nicht, wie einfach man da rankommt. Aber die Luftströme sind natürlich praktisch, weil die dir Atemluft vergeben. Du musst immer in diese Luftströme reingehen, dadurch resettet sich deine Bar. Okay. Der Delfin schwimmt hier mit rum. Alter, ich werde hier angegriffen. Mir ist das zu risikoreich. Schaffen wir. Wir überleben das. Lass den, lass den, der kratzt ab. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich versuche, den mal hier anzugreifen. Warte. Der Delfin hilft mir gerade, hochzuschwimmen. Der arme Delfin, Josef. Jetzt hängt er da unten fest. Warte. Siehst du hier unten irgendwas an der Struktur? Ich sehe nichts, was sinnvoll ist, was wir gebrauchen könnten. Ach komm, sonst lass uns weiter. Ja, wir sind vom Inventar her jetzt ziemlich gut aufgefüllt, haben noch einen Kompass gefunden, der jetzt Richtung Spawn zeigt. Wir sind aber auch wirklich, wirklich weit weg vom Spawn und deshalb haben wir jetzt gesagt, komm, Inventare sind voll. Wir haben ein bisschen was erlebt. Wir können, denke ich, nochmal später auf ein Abenteuer uns auf den Weg machen. Wir sollten aber, denke ich mal, beide erstmal ein Haus oder irgendeine kleine Basis bauen, Josef, wo wir den Kram in Kisten tun können. Korrekt. Das hilft uns weiter und genau in die Richtung gehen wir jetzt. Ihr seht schon, der Kompass zeigt fast eigentlich nur noch in die eine Richtung. Ich hole mir kurz die Schweine, die hier sind, damit wir noch ein bisschen Essen haben. Vor allem dann, wenn wir auch anfangen nachher zu farmen, dann hast du ja aktiv nicht mehr so Essen, außer du hast eine Fischfarm irgendwie am Laufen. Ja. Ich weiß nicht, welche Richtung wir müssen, Janus. Wir müssen einfach in die Richtung. Ziemlich genau geradeaus in die Richtung, sagt er hier. Okay. Weil mit dem Boot sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Eventuell finden wir ja hier auf dem Weg noch was. Wenn wir noch was sehen, melden wir uns auf jeden Fall. Gefunden. Ja, 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 das nächste Dorf. Perfekt. Dann hat sich das ja nochmal gelohnt, dass wir jetzt doch nicht zurückgegangen sind. Lass das Feuer da. Nicht kaputt machen, Josef. Dann können wir nämlich gleich unser Fleisch braten. Das können wir dann super für den Rückweg mit benutzen, okay? Hm, that is sneaky. Ich gehe rechts. Okay, dann gehe ich links. Ich packe das Feuer mal direkt da rein. Das Schöne beim Feuer ist ja, glaube ich, dass man kann damit so viel braten, wie man möchte, ne? Genau, das ploppt dann einfach da raus. Und gut ist. Aber die neuen Strukturen hier mit den Dörfern und so, die sehen schon gut aus, muss man sagen. Impressive aus. Weizen. Oh, ich hoffe, dass wir noch Karotten bekommen, weil dann haben wir alles so zusammen. Kartografie-Tisch, den nehme ich mal mit. Kann man sich zwar auch alle einfach gruffen, muss man sagen. Das ist ja jetzt nichts, was jetzt hier übertrieben teuer ist. Pumpkins. Ah, ich weiß ja nicht. Die waren am Spawn, die können wir mal hier lassen. So, das Bett nehme ich mal mit. Viele leere Häuser sind hier bei mir. Komposter. Und es sind keine Villager da vor allem. Hier ist Pumpkin. Ja, bei mir war ein Villager. Also nichts Besonderes ist bei mir jetzt hier drin, Josef. Bei dir? Ja, ich hatte auch nichts Besonderes. Können wir auch mal hier lassen. Das können wir auch hier lassen. Das brauchen wir alles nicht. Ja, ganz. Gebäude hast du schon alle erkundet, ne? Äh, das noch nicht. Da solltest du auf jeden Fall den... Da ist noch Gold und Achtung. Oh, Spinne. Josef, kann ich... Ja. Hast du irgendwas doppelt von Rüstungsteilen? Dann würde ich upgraden. Ja, ich upgrade auch mal ganz kurz. Nimm mal erst mal das, was du brauchst für dich. Danke. Ja, ich habe noch ein bisschen Leather-Tune. Pass auf, das Spinsal brauche ich. Ich gebe dir mal ganz kurz das und das und das. Spinsal brauchst du, kriegst du. Und hier, ich habe zweimal eine Spitzhacke aus Eisen. Ja, dann upgrade ich meine. Okay, das ist nicht übel, das hat sich gelohnt. Das Fleisch müsste fertig gekocht sein. Ja, es geht ganz schnell. Wir sollten hier ein bisschen aufpassen und gucken. Ah, hübsch. Ich finde es witzig, dass Minecraft jetzt die Stühle auch so einrichtet. Da ist nichts drin. Ich ärgere dich zu oft damit, ne? Kartoffeln nehme ich mit. Okay, dann warte, dann nimmst du die mit. Dann habe ich noch mal Kartoffeln im Dings reingetan. Die Kiste. Hier, Kiste. Kiste, 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 Kiste. So. Ich hätte gehofft, dass wir noch mal Karotten finden, weil die sind auch ganz cool. Dann passt das. Das darfst du da oben irgendwo weiter? Geht das da oben weiter? Ist da oben noch was? Da oben ist auf jeden Fall noch Weg. Ja, ein Haus ist da auf jeden Fall noch. Ob da eine Kiste drin ist, kann ich jetzt nicht sagen. Geh mal hoch, Josef. Und ich brate mal ein bisschen was von meinem Fleisch. Mach das mal. Don't forget to chair. Hier oben ist noch so ein Mühlstein, aber den brauchen wir nicht, oder? Den Grindstone. Also ich habe hier zwei Stück, ich brauche keinen. Aber pass auf, wir spawnen auch die ersten Mobs, Josef, ne? Ich weiß, ich höre es die ganze Zeit. Ist auf jeden Fall sehr spannend in Minecraft. Da hat man echt eine Menge zu erleben. So, wo war das Haus? Boah, sind die stark, die Mobs? Oben. Sind denn hart? Was erwartest du? Ganz oben. Halb schräg oben. Achter. Schau einer an. Ich habe Angst, du mir jetzt hier gleich einen Kuiper auf den Kopf. Nee, Kartoffeln und Bread und Spruce Wood. Was lassen wir denn hier? Ich glaube, ich lasse den Komposter hier. Ich brauche das jetzt nicht alles so unbedingt. Also das kann man sich auch alles... Das Bett, was ich mit... Boah! Wir haben nicht geschlafen. Ein Phantom. Ein Phantom. Oh, die greifen auch mich an, Josef. Dich auch. Wir haben ja genau gleich lange nicht geschlafen. Damn it. Ja. Zwei Stück vor allem. Ich sehe die nicht. Ich sehe die noch nicht mal. Ich höre sie nur. Ich versuche mal die... Die können uns leider auch auf dem Wasser ärgern. Ja, das ist das Problem. Ich versuche die mal hier unter das Hausdach zu locken und dann irgendwie zu töten. Aber ich glaube, der eine verfolgt nur dich. Nee, da ist meiner. Aber hier sind mehr als zwei Phantome. Da hinten sind noch mehr. Drei, vier... Ich habe mich jetzt kurz zum Haus in Sicherheit gebracht. Zum Beispiel schon mal zwei Betten. Boah, die Phantome. Das Geräusch geht ja gar nicht. Ah, so stark sind die nicht. Nee, aber die sind nervig. Ja. Weil die könnten, die mich jetzt hier die Schlucht runterkippen, runter schubsen. Darauf hätte ich halt keinen Bock. Ja, ja, ja. Das ist vor allem gefährlich, wenn du da oben bist. Ich denke, mehr und so geht das alles noch. Was kann man hier lassen? Ich bin gerade am überlegen. Komm, ich tue mal das hier hin und dann passt das. So. Wir machen noch mal ein bisschen Schweinefleisch hier rein. Ah, doch, so schwach sind... Ah, es geht, es geht. Selbst jetzt hier mit der Rüstung und so mit den beiden... Mit der Eisenbrustplatte und so, dann geht das. Wir müssen bloß hoffen, dass die Nacht gleich irgendwie rum ist. Und dann gucken wir mal, wie wir wieder zurück zur Basis kommen. Oh, oh, Leute. Wir sind jetzt schon hier relativ lange unterwegs. Ihr seht, auf der einen Koordinate sind wir richtig, auf der anderen haben wir ungefähr noch so über 2000 zu gehen und haben jetzt innerhalb von, ja, 12 Minuten Tageszeit nur so 500 Blöcke geschafft. Das rauf und runter hier in dieser Amplified-Welt ist doch schwer. Und wir haben eine neue... Ja, los, hier kommen wir entlang. Hier kommen wir entlang, hier unten, das Wasser. Wir haben eine neue Problematik. Und zwar ist das die, dass wir nachts halt, das habt ihr ja gerade schon gesehen, angegriffen werden. Das ist ziemlich doof, wenn man hier irgendwo an den Kanten entlang läuft, da nichts ahnt. Wow. Das war knapp. Siehst du mich? Ja, ja, ich sehe dich. Warte, ich würde einmal kurz ins Wasser springen hier unten. Ja, wir müssen hier so irgendwie so quer durch. Oh, oh, oh nein, oh nein. Oh nein, ganz schlecht. Da kommen sie schon, ne? Nein, 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 nein. Das sah irgendwie knapp aus. Ja, das war knapp. Aber das Ding ist, ich bin jetzt etwas schneller gesprungen, weil ich Angst habe, dass die mich gleich angreifen, die Viecher. Ja, dann kannst du den Fall nicht mehr koordinieren. Richtig. Also, ihr seht, es wird hier spannend. Wir müssen irgendwie langsamer zurückkommen, zu uns Richtung Spawn, weil sonst wird das ja alles sehr, sehr, sehr gefährlich, 2000 Blöcke noch zu gehen. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr noch so, ja, mit der Spielzeit zusammen bestimmt nochmal so 30 Minuten unterwegs. Mal schauen, ob wir heil ankommen. Ich bin da jetzt echt ein bisschen verängstigt, muss man fast sagen, weil es kommen ja auch noch Monster hinzu. Mal schauen, wir sehen es, ob wir überlebend ankommen oder nicht. Nein, nein, Josef, die ganzen Mobs sind hier. Jetzt geht's hier ab. Hier sind Creeper, hier sind Skelette, die uns angreifen mit Rüstung. Ihr seht schon, es wird hier jetzt nochmal richtig spannend zum Schluss. Wann ist denn endlich diese dumme Nacht zu Ende? Warte, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus zum Spiel. Raus, raus, raus. Nee, ich bin hier kein Weichei. Sie sind vollkommen nicht sterblich. Vorsicht vor Stalk of Phoenix? Stalk of Phoenix? Wer hat das geschrieben? Er stand da irgendwo. Echt? Hier ist ein Tunnel, hier ist ein Tunnel, Janus, hier ist ein Tunnel. Wo bist denn du? Es leckt wie Sau und ich werde hier gleich angegriffen. Hier ist irgendwo ein Creeper, ich weiß nicht wo und ich habe Angst, dass der mich gleich angreift. Ich komme hier nicht weg, ich komme hier nicht weg. Und da ist noch ein Zombie, die greifen mich an. Oh mein Gott, ist das spannend. Der Creeper ist hinter mir her. Echt? Und mein Schwert ist gleich weg. Oh mein Gott. Wo bist du denn? Ich würde dir ja helfen, aber es wird hell, es wird hell. Ich bin mal im Tunnel. Vorsichtig, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper in der Nähe. Warte, warte, warte. Ich baue mich jetzt hier ein und warte jetzt kurz, bis es hell ist, die Überlebenswahl, wenn es hell ist. Aber ich muss mir jetzt ein neues Schwert machen. Geil, und ich habe kein einziges Holz mehr dabei. Nein. Nein, ich habe auch nichts mehr. Selber schuld, wenn man die Sachen wegschmeißt. Selber schuld, ey. Da ist der Creeper! Oh Gott, hat er mich erschrocken. Wo ist der? Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da vorne ist er. Meine Güte. Ich wollte das Licht ausmachen, weil ich ansonsten, ich kann halt nichts sehen bei den, bei den Werten. Ja. Ey, siehe ich, Tageslicht. So. Josef, ich kann den Creeper nicht töten. Alles eingestellt. Ja, ich habe ihn getötet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich hatte ihn auch heute auch mal ein bisschen unterkippt. So, weiter geht's. Wir müssen jetzt irgendwie weiter in die Helligkeit, dass wir wegkommen von dem dunklen, bösen Ort hier. GG. Janus? GG, Server closed bei mir. Bei dir? Ja, der wurde irgendwie gerade neu gestartet, oder ist es jetzt ein Backup? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ihr seht, die ersten Stunden sind immer extrem spannend. Kommst du drauf? Apropos Stunden, wir sind gerade bei 1 Stunde 24. Da seht ihr mal, wie lang die Aufnahme ist, aber die Augen, ja. Ich bin drauf, Josef, und da ist ein Skelett. Das heißt, ich bin tot, wenn ich jetzt joine? Nee, nee, nee. Bei mir lädt die Welt nicht, die Welt lädt nicht. Dann lockt dich wieder aus. Das Problem ist, jetzt spawnen natürlich sauviel auf einmal. Ich bin schon ein Ticken vorgegangen, Josef, dann join mal. Ja, jetzt, geradeaus, geradeaus. Die Welt generiert sich nicht. Ich hab hier ein Leerbild. Geil, und da ist ein Skelett neben dir. Was, die? Die Welt generiert nicht. Oh, das Skelett hat mich getroffen. Ich zieh's mal weg, Josef. Versuch mal jetzt reinzukommen. Bars, die zockt, hat bei Varro verloren. Sag mal, steht da jetzt jedes Mal was anderes? Ich glaub schon, das ist random dann. Komm, join. Ich will eben wissen, was da immer jedes Mal steht. Ich lauf sonst weiter, Josef. Komm. Ja, warte. Magro, mag zügig. Ich bin gespannt, ob da was auch mit meinem Namen steht. So, wo bist du jetzt? Geradeaus. Hä? 180 Grad, 180 Grad. Hier, geradeaus. Das Skelett ignorieren. Hallo, Skelett. Dann geht's weiter. Tschüss, Skelett. Ja, da ist die Insel, Josef. Da oben ist die Spawninsel. Ich seh's. Ja, wer zuerst da ist, mal zuerst. Ja, ich muss hier schwimmen. Das ist echt ewig langsam, muss man sagen, mit dem Schwimmen hier. Der Server leckt auch gerade ein bisschen. Aber ihr seht, wir haben's geschafft. Wir gehen jetzt mal kurz hier hoch und dann beenden wir da gleich zusammen unsere erste gemeinsame Folge Craft Attack. Und ich denke mal so, die erste Abenteuer-Folge ist dann doch immer eine super Sache, oder? So, hier ist die Druckplatte, da ist die Spawninsel und zack, wir haben's geschafft. Josef sollte auch hier sein, aber runterfliegen kann man nicht mehr, ne? Doch, klar. Hast du's schon gemacht? Nein, aber es müsste gehen, ziemlich safe. Das wäre das beste Ende für... Soll ich's rausfinden? Ja. Soll ich's rausfinden? Ja. Okay, wir finden's raus. Und? Ja, es geht noch. Okay. Sehr, sehr gut. Lande vorsichtig, Josef. Und ich beende dann mal jetzt kurz an dieser Stelle einmal... Warte, warte, warte. Komm hoch, Josef. Ich komm wieder nach oben. So, da. Hi. Gut. Dann lass uns zusammen hier die Folge beenden. Wir haben's geschafft. Das erste Abenteuer ist überstanden. Nächste Folge geht's bei mir damit weiter. Die... Ja, Jusik. Josef, du bist so langweilig. Ich wurde am Anfang der Folge runtergeschlagen und jetzt am Ende. Hier, ihr seht schon, bei Craft Attack sind nur... Das ist das Lebenraum. Nein. Nein. Das ist... Bei Craft Attack sind nur böse Leute wie der Josef und andere Leute hier. Das geht gar nicht. Das ist jetzt hier... Das war geplant. Ich wollte doch, dass deine Folge so endet, wie sie begonnen hat. Ja, 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 ja. Gut. Wir beenden die Folge. Nächste Folge geht's bei mir mit dem Bau weiter. Was machst du, Josef? Du fängst auch an, dein Grundstück, denke ich mal, zu bebauen und zu farmen. Wir werden sehen, was nächste Folge passiert, denn jetzt wird erstmal sehr viel Pause zwischen der nächsten Folge sein. Ich werde jetzt sehr viel erstmal allein auf dem Steuer machen. Farmen, 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 farmen. Und dann sehen wir mal, was in der nächsten Folge passiert. Gut. Bei mir wird's, wie gesagt, mit dem Grundstückbau weitergehen. Nächste Folge reinschalten. Am besten alle Craft Attack-Teilnehmer, die ihr unten in der Playlist habt, einmal abonnieren. Wenn ihr Tipps, Wünsche habt, was wir hier machen sollen in den nächsten Folgen, lasst uns das wissen. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle fürs Zusehen und freue mich schon extremst auf die nächste Zeit, die mit vielen Livestreams, äh, ja, vollgestopft sein wird. Ciao, Leute. Gito. Ciao, Leute. Wuhu.